Bitcoin und Ethereum, die Zeichen, die auf eine Erholung hindeuten, die verdichten sich, wann wir jetzt hier mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe hier long gehen. Das alles erfährst du hier in diesem Video, das heißt unbedingt dranbleiben und damit sehr herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading on Air. Ja, wir schauen uns heute wie immer Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elite-Wellen theorieren, was sind die wichtigsten Levels, was ist unser genauer Fahrplan und wo können wir hier, wie vorher gerade angesprochen, auch mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe hier wieder trade-technisch aktiv werden. All das hier in diesem Video, das heißt wieder mal vollgepackt mit Mehrwert, damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins noch vorneweg, wie immer, wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um YouTube weiter zu pushen, würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, gehen wir direkt rein, Krypto-Markup-Testing hier bei den 1,15 Billionen US-Dollar, dementsprechend hier mit 1,5% im Minus, die letzten 24 Stunden, wir sehen es, Bitcoin und Ethereum machen sie eigentlich ähnlich nach, Bitcoin performt hier etwas besser, 27.400 US-Dollar mit 1,1% im Minus, Ethereum 1.836 US-Dollar mit 1,8% an Abgaben, die letzten 24 Stunden. Gut, soviel zu CoinMarketCap, gehen wir direkt rein in die Chartanalyse, fangen wie gewohnt auf den Daily-Timeframe an, schauen uns an, wie die gästige Daily-Candleer geschlossen hat und die war per se erst einmal Bullish, denn wir sind hier unter diese zwei Wigs, wenn man das noch so nennen will, beziehungsweise eigentlich unter diese zwei Kerzen sind wir hier rausgestochen, haben es aber wieder geschafft, hier richtig schön Bullish sogar über diesen Wig hier noch zu schließen und jetzt wird es sehr, sehr spannend, sollten wir das Ganze nochmal schaffen, dass wir hier drunter kommen, hier drüber schließen, dann sieht das Ganze wirklich sehr, sehr Bullish aus, dass wir hier erst einmal aus Daily-Termin-Sicht wahrscheinlich in die 29.000 bis hoch zu den 30.400 US-Dollar hier kommen werden, wie sich das Ganze jetzt wieder sehr, sehr schön mit der Analyse auf den kleineren Seiten entdeckt, das schauen wir uns jetzt selbstverständlich gleich an, davor machen wir uns noch ganz, ganz kurz hier das Volumen an, schauen, ob hier irgendwie signifikant, wenn es mal laden würde, ja, es lädt nicht, doch, jetzt ist es hier, sehen wir, okay, es ist hier kein signifikantes Volumen da, sonst würde das logischerweise hier drüber spiken, wir sehen es auch, okay, es ist sogar diese Volumenkantel, das heißt, es war überhaupt kein Volumen da, das heißt, das können wir definitiv vernachlässigen, sehr, sehr Bullish, Daily-Close und die wichtigste Marke nach unten hin, 26.950 US-Dollar für den Daily-Time-Frame, gut, soviel zu Bitcoin auf den Daily-Time-Frame, jetzt gehen wir runter auf den 4-Stunden-Time-Frame, für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, wir gehen davon aus, dass Bitcoin seit dem All-Time einer WXYXZ-Korrektur abverkauft hat, welches ihr Mindestziel in der 16.000 US-Dollar-Region hatte, wir demnach hier unseren Boden, unserer Meinung nach primär gefunden haben und wir seit diesem Zeitpunkt hier unseren ersten Aufwärtsimpuls zählen, wo wir aktuell, ja, eben wie gesagt in der 1, 2, 3. Impulsbewegung sind, wo wir unser Mindestziel, ganz, ganz klar Mindestziel, kommen wir jetzt auf den kleinen Zeitanhalten gleich dazu, wieso das Ganze hier noch viel, viel weiter nach Norden extendieren kann, aber aktuell noch unser konservatives Mindestziel, 45.300 und 39 US-Dollar für diese Welle 3, im Anschluss würden wir noch eine Welle 4 und 5 logischerweise erwarten, das Alternativ-Szenario seht ihr hier auf dem Chart, gehen wir aber aktuell nicht davon aus, dass wir diesen Bereich hier nochmal anlaufen werden, es sei denn signifikante Levels werden gebrochen, würden wir euch aber selbstverständlich hier auf täglicher Basis dann auch auf den Laufenden halten. Gut, bevor wir jetzt in die kleinen Zeitanhalten hier reingehen, kurz der Hinweis, sollten wir jetzt in irgendwelche Trades eingehen oder nochmal gegebenenfalls sogar Spotkäufer hier tätigen, werden wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe hier auf den Laufenden halten, so sehen da beispielsweise die Signale aus, aber ganz, ganz wichtig sind unsere Trades, wie wir traden, das heißt, ihr könnt es nachmachen, müsst es nicht, das heißt, keine finanzielle Anlageberatung an dieser Stelle, kommt aber auch monatlichen Trade-Register rein, wie die gesamte Performance dieser Gruppe ist, das heißt, vollkommen Transparenz und unserer Meinung nach, diese Form der Transparenz auch einzigartig hier auf YouTube, ihr seht hier auch nochmal kurzer Ausschnitt gestern von der Talk-Gruppe, denn da kommen von unserer Seite dann mal, ja so kurze Zwischenupdates rein, falls sich, ja so wie gestern irgendwas getan hat und wir im Count leicht was verändern, weil wir hier immer sehr, sehr tief in die Counts hier reingehen, deswegen, ja gibt es da ab und zu im Nachgang noch so ein kurzes Update, aber generell kommen von unserer Seite da auch die Trade-Ideen rein oder wie gesagt, die kurzen Zwischenupdates, falls sich da was Spannendes getan hat oder falls du einfach nur im Austausch mit der Community interessiert bist, kannst du selbstverständlich auch gerne beitreten, wie gesagt, beide Links unten in der Videobeschreibung genug Eigenwerbung, jetzt gehen wir direkt weiter im Kursgeschehen und gehen runter auf den 1-Stunden-Timeframe und ihr seht hier schon ein Trade, da kommen wir jetzt gleich dazu, aber per se, erst einmal gehen wir davon aus, dass diese dritte Impulsbewegung nochmal als 1, 2, 3, 4, 5 untergliedern wird und ihr seht schon, die 3 hat ihr Mindestziel, unserer Meinung nach bei den 45.789 US-Dollar und dann kann es ganz, ganz schnell passieren, dass auch diese Welle 3 noch weiter nach Norden hin extendieren wird, können wir jetzt noch nicht final sagen oder auch nicht zu einer Wahrscheinlichkeit, die wir hier vertreten können, aber das müssen wir uns selbstverständlich anschauen, aber die Zeichen verdichten sich auch, dass das Ganze hier weiter dann nach Norden hin extendieren wird. Gut, so viel dazu, gehen wir jetzt runter auf einen 15-Minuten-Timeframe, wie gestern eigentlich dann direkt im Nachgang hier in dieser Phase dann in der Talk-Gruppe hier angekündigt, beziehungsweise in dieser Phase müsste es gewesen sein, genau hier zu diesem Zeitpunkt, W, X, Y, X, Z, primäre Erwartung, das heißt, dass wir nochmal dieses Tief hier fischen, weil hier einfach nicht genügend Power hier reinkam, haben wir gesagt, okay, es sieht sehr nach einem W, X, Y, X, Z hier aus, wo das Mindestziel hier erstmal nochmal das Anlaufen unserer Box hier ist, das haben wir jetzt gesehen, wir sind punktgenau rausreagiert und jetzt müssen wir einfach schauen, wie sich das Ganze hier zusammensetzt, setze ich jetzt das W, X, Y, X, Z zusammen, sieht aktuell bei Bitcoin nicht so schön aus, bei Ethereum wird es noch relativ schön aussehen, kommen wir jetzt gleich dazu, ist es theoretisch möglich, dann ist das nächste Tief hier womöglich das letzte Tief, ansonsten sieht es auch sehr, sehr gut möglich aus, dass das hier erst eine W war, wir nochmal hier dann hochkommen in der X und dann nochmal hier abverkaufen in der Y, dann wäre theoretisch noch die Möglichkeit, das hier Ganze nochmal mit einer X und mit einer X, Z dann nochmal verlängern, da müssen wir uns dann die Reaktion anschauen an den genannten Zielbereichen, aber per se können wir schon mal sagen, das sind die nächsten relevanten Fibonacci-Unterstützungslevels, wenn wir uns hier noch versuchen, hier gewisse Targets über den Mikrobereich hier reinzuladen, sehen wir, okay, kurz drunter kommt jetzt unser One-to-One-Ratio rein, aber per se der erste signifikante Support unserer Meinung nach hier 26.650 bis 26.500 USD grob gesagt, hier kommt auch, wenn wir nochmal kurz rausgehen, unser übergeordnetes 0382 Fibonacci-Level rein, das heißt hier wirklich von sehr, sehr starkem Support zu sprechen, weiterhin, das heißt da ist nichts oder weiterhin alles unverändert und hier dann der nächste starke Support, 26.300 USD grob gesagt, unser 1618er in Kombination mit dem 2382 Fibonacci-Level, weiter gehen wir aktuell primär noch nicht davon aus, dass die Z hier runterkommen wird und ihr seht schon, aktuell gehen wir davon aus, dass das hier erst eine übergeordnete W sein wird, hochzukommen in der X, dann in der Y nochmal abzuverkaufen, aber ganz, ganz klar der Hinweis, dass wir hier in so einer komplexen Struktur W, X, Y, X, Z abverkaufen, kann es natürlich sein, dass wir unsere Welle 2 hier schon finishen werden und dann hier einen Impuls nach oben kriegen, wo wir dann in die angesprochene 45.000 Dollar und weiter hier marschieren werden, wie gesagt aktuell nicht ganz unser primärer Szenario, jedoch müssen wir darauf bereit sein und hier uns diesen Anstieg, den wir dann hier rauf mindestens erwarten, erst einmal anschauen, sieht das Ganze hier so aus, sieht das Ganze sehr, sehr bullisch aus, dass wir hier einen kleinen Rücksetzer kriegen und dann die Reise hier wirklich ab nach Norden ja wirklich komplett durchgeht, aber wie gesagt, da müssen wir uns die Reaktion anschauen und werden wir euch selbstverständlich dann auch auf täglicher Basis dann hier auf den Laufenden halten. Gut, so viel zu Bitcoin, eigentlich die wichtigste Marke nach oben in 28.000 USD, dann sieht sehr danach aus, dass wir hier den Boden bereits gefunden haben, aktuell nicht primäre Erwartung und der nächste starke Supportbereich, 26.650 bis 26.550 USD. Gut, so viel zu Bitcoin, gehen wir rüber zu Ethereum, auch hier schnell auf den 4-Stunden-Timeframe für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind. Hier könnt ihr den übergeordneten Count jetzt mal sehen, könnt ihr auch gerne pausieren, wenn ihr wollt und auch hier gehen wir davon aus, dritte Impulsbewegung und wir gehen davon aus, mindestens 3.100 USD hier bei Ethereum in dieser genannten Welle 3. Gut, auch hier auf dem 1-Stunden-Timeframe schnell, hier sieht es etwas bullisch aus, 1.2.1.2 unserer Meinung nach, gerne hier mal in die Kommentare oder beziehungsweise dann auch in die Talk-Gruppe, falls man hier einen sauberen Fünfteiler quasi bis hier nach oben reinzählen könnte, dann würde nämlich das Ganze sehr, sehr gut mit Bitcoin laufen. Wir sehen es auf YouTube, manche Elliott-Wellen-Analysten packen einfach hier oben die Einzelnen, haben aber keinen Mikro-Count hier drauf, kein sauberer Mikro-Count, muss natürlich auch dazu gesagt werden, weil wer hier 1, 2, 3, ja irgendwie 4 und dann eine 5 reinzählt, das ist halt auch nicht sauber, das heißt solche Counts hier nicht, wenn dann schon einen sauberen Count, aber gerne, wie gesagt, Vorschläge da dann auch hier in die Talk-Gruppe. Aber wie gesagt, das ist der übergeordnete Fahrplan hier bei Ethereum, hier noch schnell auf dem 15-Minuten-Timeframe, hier prinzipiell dasselbe Spiel, WXYXZ nach unten, analog zu Bitcoin und auch hier die wichtigsten Levels, hier nach unten hin, haben wir hier bei Ethereum ja noch knapp nicht getroffen, das heißt auch hier sieht es eher danach aus, dass wir uns das Ganze nochmal abholen werden, gegebenenfalls sogar das übergeordnete 0786er Fibonacci-Level hier anlaufen werden und dort ist auch unser Long-Trade hier platziert von der kostenlosen Telegram-Signalgruppe, das heißt wie gesagt, wenn du da auch alle Infos rund um diesen Long-Trade hier nicht verpassen willst, kannst du es schon mal gerne auschecken und dann wäre der nächste signifikante Support hier, 1740 bis 1750 US-Dollar und grundsätzlich, wenn wir in die Mikrostruktur hier nochmal reingehen, selbe Spiel, sieht nach einer W aus, zwar relativ scharf, aber eher WXY oder es ist sogar ein ABC und dann kriegen wir jetzt hier nochmal quasi die Gegenbewegung rein, dann hätten wir übergeordnet ein WXY oder wir kriegen es analog zu Bitcoin rein, dass wir hier quasi sowas sehen, beides möglich, selbstverständlich müssen wir einfach schauen, was uns der Chart hier gibt, für uns wäre es etwas schöner, wenn wir hier quasi nochmal den Umweg gehen würden und dann so nochmal abzuverkaufen, es wäre etwas schöner, aber gut, wir können es uns nicht aussuchen und dem Market Maker ist es wahrscheinlich egal, was ich da hier um 5 Uhr morgens sage, was der schönere Account hier für mich ist, deswegen das schon mal dahingestellt, aber in beiden Fällen hier 1780 bis 1770 US-Dollar grob gesagt, der erste starke Support-Bereich hier bei Ethereum und dann hier 1740 bis 1750 US-Dollar und da können wir nochmal schnell reinschauen, was hier eben auch noch reinkommt, deswegen vorher hier die Frage mit dem sauberen 5-Teil hier nach oben hin, denn wenn wir uns hier unser Fibonacci-Level hier reinladen, vom ganzen Low zum Top hier, würde hier 1750 US-Dollar hier das 05 auf Fibonacci-Level reinkommen, hätte hier nach unserem Account erstmal keine Signifikanz, jedoch wie gesagt, good to know und schön den SL hier trotzdem drunter platzieren, ja eben zu können in diesem Fall, genau, so viel eigentlich zu Ethereum und Bitcoin, der Fahrplan sollte klar sein, wir erwarten immer noch weitere Tiefs, wie sich das Ganze hier jetzt strukturell zusammensetzt, werden wir sehen, wird uns der Chart zeigen, auch hier wäre die Marke 1888 Dollar, die Marke nach oben hin, wäre sehr sehr bullish zu werden, und auch hier gehen wir im Anschluss davon aus, dass wir auch hier dann die Trennwende Richtung Norden hier einleiten werden, gut, so viel zu Bitcoin und Ethereum, der Fahrplan sollte klar sein, wir gehen definitiv relativ zeitnah jetzt von der Erholung aus, was wir auch, wie gesagt, hier versuchen mit dem Long-Trad dann auch hier mitnehmen zu können und damit soll es das Ganze schon gewesen sein, wir bedanken uns schon mal über jegliche Form von Support und damit hören wir uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder, ansonsten morgen in der Früh zum Update und damit Trading und erst raus, macht's gut, ciao, ciao. 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 Ciao.